Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, um diese Jahreszeit sind die Bienen schon lang aus der Brut. Ich sage, mach dich nicht lächerlich. Ich zeige euch was. Sieht es nach Bienen aus der Brut aus? Sind die Bienen im Winterschlaf? Gibt es eine vernünftige Erklärung dafür, dass die Bienen am 10. Dezember noch so aktiv sind? Also, ich weiß nicht, wie Leute auf die Idee kommen, dass im Dezember die Bienen brutfrei sind. Manche sagen sogar, im September wären ihre Bienen brutfrei. Wenn die vielleicht mal das ein oder andere Volk vielleicht auch mal eine kurze Brutpause einlegt, was die Völker immer mal wieder machen, heißt es nicht, dass alle Völker brutfrei sind. Also Vorsicht mit diesen Angaben. Man kann nicht allen trauen. Sieht man ja.